Jesus sagt, Talitha, komm, Mädchen, steh auf. Und vor allem, iss mal was. Das wird dir Kraft geben. Die Bibelgeschichte erzählt, die Begegnung mit Jesus heilt. Wir erleben die Begegnung mit Gott in handfesten und greifbaren Zeichen. Im Pfarrverband sind gerade jetzt die Kinder und die Jugendlichen dabei, sich auf diese Zeichen der Nähe Gottes vorzubereiten und sie zu feiern. Die Kinder begegnen Jesus im Zeichen des Brots. Näher kann mir Jesus nicht kommen. Und das gibt Kraft. Die Jugendlichen spüren bei ihrer Firmung das Krisamöl auf der Stirn und es riecht auch umwerfend an. Der Heilige Geist wird ihnen zugesprochen. Auch das gibt Kraft. Gott ist uns immer nahe. Wir wissen es nur manchmal nicht. Und manchmal brauchen wir die Zeichen, um es zu erleben und zu spüren. Gott ist da. Gott ist da. Gott ist da. Gott ist da. Gott ist da.